Zeit, den Müll wegzubringen, heißt es hier in Deadbase 3, der finalen Folge auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei diesem Projekt bis hierhin und hoffe auf Kommentare natürlich. Wir werden jetzt allmählich das Ende erleben, was da heißt Blutmohn. Ah! Au! Oh, die Artefaktkammer mit dem Kodex ist noch da. Da rechts, seht ihr das? Also da vorne, es fliegt geradeaus. Und da ist die Brücke, durch die wir sowieso schon mal durchgeflogen sind. Ah! Ach du Schande! Kentakel! Ah! Wir fliegen allmählich in das Vieh rein! Vorsicht! Uh! Das hätte auch schief gehen können. Auf in den Blutmond! Und nochmal das Brückenteil! Nochmal dasselbe! Genau dasselbe! Uh! 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 Und da ist die Kodexstation. Ah! Iiiiih! Lass mich warten, das ist unser Boss. Der Mond. Er hat die Kodexstation. Warum hat Isaac den Helm abgesetzt? Wenn wir das Ding killen, dann bereich nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um mich herum fliegen Marco. Ich kann diese TK-Platte nehmen und sie als Worte werfen. Nein! Ach so! Verstehe! Warum nennen die Telekinese plötzlich TK? Warum müssen die das plötzlich abkürzen? Achtung! Alle töten! Ich kicke Health Packs. Das ist gut! Und Stase! Okay, noch mehr Viecher? Ha? Ich sehe beschlossene Augen. Drei Stück. Aber das war's auch. Deswegen würde ich mal sagen, heißt das jetzt erstmal warten. Kann zwar einen Marker nehmen, aber... Was? Ich nicht! Oh! Die da! Das sind Viehbrocken, würde ich eher sagen. Achtung! Wir haben da noch einen. Und der nächste. Mit schönem Feuer-Damage. Ich hoffe, es schmeckt dir. Bekoche ich eine Suppe aus dir noch, während du lädst. So. Kann das kleine Ding da reinschneudern. Sind die Augen offen? Ich weiß es nicht. Bin dabei. Okay, das war zum Glück die einfachsten Tentakel der Welt. Mit dem Marker. Ich habe ihn irgendwie durch ihn gezogen. Warum hat ihm das nicht geschadet? Okay. Sollen keine Viecher hier sind? Da ist ein Auge. Es hat wieder Viecher geschleudert. Und hat nichts gebracht, dass ich hier jetzt... Ah! Diese verdammten Viecher. Und nochmal. Alle drei. Stunnen. So. Und jeden einzelnen jetzt töten. Na komm schon. Und nochmal. So. Okay. Marker her. Gib mir eine Marker. Ich nehme das Auge. Weil das andere ist bestimmt leichter zu kriegen. Weil es in der Mitte ist. So. Okay. Nachladen. Und die Viecher kommen lassen. Huch. Jetzt habe ich aus Versehen zwei eingesetzt. Naja. So zappeln wie die... So rumzappeln wie die tun. Verdienen die auch zwei. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Vor lauter Spannung hier. Naja. Spannend ist es wirklich irgendwo. Da gibt es eine Hinsicht. Aber auch... So ein Viecher ansturm. Alter. Die Plattform zerröckelt langsam. Bin dabei. Ich habe extra nachgeladen dafür. Nochmal. Okay. Gut. Wo ist das mittlere Auge? Da hinten irgendwo. Da habe ich noch einen Marker. Da. Ich kann es jetzt theoretisch schon treffen, oder? Ich glaube nicht. Ich habe mich von der TK-Platte wegbewegt. Es ist wieder kleiner geworden. Äh. Ja. Das ist der improduktivste Kommentar ever zu dieser Situation. Du äh. Kann ja mal... Aber so viele erste Hilfe-Packs habe ich bis jetzt gar nicht gebraucht. So. Ähm. Ne Marker. Komm bitte her, Marker. Und... Abschuss. Du bist auf der Abschlussliste. Ekelhaftes Gewirrn. Die Kodex-Plattform. Hey, nein. Nicht fressen. Ich sehe es schon. Gib's her. Ich bin dabei. Komm schon raus. Damage ist von innen. Na los. Wie soll ich denn da hochkommen? Äh. Äh. Komm schon. Äh. Verdammt. Die Plattform. Das war's dann? Wir benutzen die Kodex? Ja. Also kein Scheiß mehr. Wir... ...währen jetzt hier... ...sterben. Dafür hat die Erde... ...wieder eine Zukunft. Wir missionen. Ah. Fnten. W-w-w-w-w! Ugh. Ugh. Hm. Sieh! Hh! Hhü-千. Hh! Untertitelung. BR 2018 Isaac, Isaac, ist er da? Come on. Isaac, du bist tot nicht. Es mag er sich mal. Es ist auch weg. Isaac, Isaac, du hast es geschafft. Es, du hast es tatsächlich geschafft. Koordinaten der Erde bestätigt. Schockantrieb aktiviert. Sie ist bereit. Gunner Wright als Isaac Clark Ricardo Xavier als John Carver und Sonita Henry als El Lengthon Robert Gant als Robert Norton und Simon Templeman als Jacob Danik Michael Johnson als Jennifer Santos und Frank Ashmore als Austin Buckle. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von der Szenerie. Das war... Inventar wird gespeichert? Tolles Spiel. Inventar wird gespeichert. Muss ich euch mal empfehlen. Bei Zeiten muss ich mal irgendwie ein... Keine Ahnung. Let's show von machen. Nach dem Mond greif. Ja, das war... Komm auf meinen Level. Halt auf, mir irgendwelche Trophäentitel oder sonst was hinterher zu schleuern. Nein, das war nicht... Mein Inventar wird gespeichert. Das war nicht Komm auf meinen Level. Das war... Let's Play Dead Space 3. Uh, wir haben es durch. 47 Patzins gewonnen. Und... Ja, das Projekt hat ja bei mir nicht unbedingt die größte Resonanz gehabt. Und ich muss auch sagen, ich kann es verstehen. Jeder, der das Spiel zumindest gespielt hat, der wird auch merken, Ha, es ist irgendwie das Schwächste in der Dead Space, äh, Dead Space, vor allen Dingen. Und dem muss ich zustimmen. Sagen wir mal, der Anfang war okay für seine Actionverhältnisse. Aber es deutete natürlich auch das an, was das Ende von Dead Space 2 im Prinzip schon beinhaltet wird. Nämlich, du wirst am Ende mit Monstern zugeschmissen. Da kommen wirklich tausende Monster auf sich zu, wo es teilweise nicht mal wirklich Sinn macht. Du hast deinen Raum und da werden wirklich 500 Monster reingeklatscht. Menschen ja nicht mal. Teilweise auch schon. Na gut, nein, das mit den Soldaten von Danik hat sich in Grenzen gehalten. Das war wirklich noch okay. Auch wenn ihr am Ende 30 mit Raketen wäre verstanden. Aber das war alles machbar. Es ging um die Monster, auch die ganzen Rosetta-Monster. Klar war das wahrscheinlich eine Abguaro-Sequenz. Ich hab's jedenfalls, das soll eine gedeutet. Aber irgendwo haben die es wirklich überfieben mit den Monstern, die da auf einen geklatscht wurden. Ich meine, warum? Ich meine, warum? Man ist in einer Zombie-Apokalypse, ne? Alles ist ruhig. Man geht dort etwas, äh, einen Raum lang, sucht ihn ab, da sind keine Monster. Dann sieht man, hm, das sind große, große Zeile, die ich mit Chinese irgendwie bewegen kann. Also, was macht man? Man zieht an dem Teil. Und wie? Als wäre das magisch miteinander getriggert. kam plötzlich in genau dieser Moment 30.000 Monster aus hier und versteckt, aber vorher nichts. Vorher wirklich nichts. Ach, naja. Wie gesagt, das hat sich ja schon am Ende von Dead Space 2 abgezeichnet. Ich finde diesen Wandel von Horror zum Mainstream richtig schlimm. Das, äh, es gibt heute hauptsächlich nur noch Indie-Horrorspiele und das sind doch teilweise schon die einzigen, die wirklich gut sind. Alles andere ist wirklich mehr auf Action und Mainstream und, ähm, rüste deine Waffen auf. Habe das neue Feature. Ähm, gar nicht erst zu reden von der Coop-Kampagne, die nicht mal im Splitscreen möglich ist. Ich meine, ich hab dir gesagt, dass nach diesem Projekt jetzt das Coop-Let's Play zu Dead Space 3 starten wird, wo ein Kumpel hier neben mir sitzt. Nicht möglich, weil alles nur über Online-Kacke läuft. Ist ja schön, dass es über Online möglich ist. Kann ja vielleicht jemanden mal, ähm, wirklich ein Vergnügen sein. Aber ich bin es gewohnt, dass ich die Leute zu mir hole, weil das die Leute sind, mit denen ich am liebsten zusammenspiele und die sitzen dann neben mir und das kann ich in keinem einzigen Spiel wirklich tun, weil Coop-Gameplay irgendwie nicht möglich ist. Oder die machen halt, dass die Games... Also, ja, lass mich das mal so sagen. Es gab früher ein Spiel, das hab ich in Coops wirklich sehr gerne gespielt, das nennt sich Star Wars Battlefront oder Star Wars Battlefront 2, meinetwegen. Vor allem der zweite Teil. Da hattest du einen Splitscreen, der einen Spieler oben, der andere unten und es hat funktioniert. Ähm, heutzutage wird Coop-Gameplay irgendwie gar nicht mehr möglich. Ganz egal, ob es irgendwie beworben wird, ist es dann nur noch online möglich oder so weiter. Ich meine, selbst wenn man es hat, da hast du dort an der rechten Seite so einen ganz kleinen, vierjährigen Bildschirm oder auf der linken Seite so einen ganz kleinen, vierjährigen Bildschirm. Aber wie gesagt, es hat in Star Wars Battlefront funktioniert, dass du den vollen Bildschirm hast. Oben eine Hälfte, unten eine Hälfte. Ist gar nicht mehr möglich heutzutage. Wieso? Hat damals funktioniert, funktioniert jetzt auch. Klar, du hast ein beschränktere Sichtfeld. Klar, aber nach links und rechts hin nicht. Es ist eigentlich immer noch das gleiche Sichtfeld. Also ich verstehe es nicht. Es hat in Star Wars Battlefront funktioniert, warum funktioniert es hier nicht? Scheiß auf Flachbildfernseher, aber das ist doch... Koop Gameplay wird dieser Tage gar nicht mehr zum Vergnügen von mir gehandelt. Und die einzigen Spiele, die heute wirklich Koop Gameplay wirklich haben, das ist sowas wie Call of Duty oder Killzone, irgendwas, was wirklich auf Ballerei besteht und naja, ich meine, nicht mal sowas Strategisches. Ich wünsche mir sowas Altes wieder und ich hoffe wirklich, dass es ein Star Wars Battlefront 3 geben wird, was sowas in der Richtung richtig handelt. Aber da sind wir jetzt nicht. Da sind wir jetzt hier bei Dead Space. Was kann ich zur Story sagen? Irgendwie ein bisschen viel zu einfach abgehandelt. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass ich es bin, der den Vermieter abknallt. Also Danik. Dass ich es bin, der Norton abgeknallt hat, war ja letztendlich zu meiner Zufriedenheit. Und jetzt ganze Story technisch gehandelt wurde, ja, hm. Da war Tim, der hat den Kodex gebracht, da war der Isaac, der in seiner ganzen Selbstmitleidstour da irgendwie sich von der ganzen Welt abgewandt hat und so. Hast du es nicht gesehen. Also die Story hätte ich mir auch ein bisschen anders gewünscht. Was habe ich zu Isaacs Tod zu sagen? Nur das bitte, dass das Ende da von Dead Space ist. Es ist mir scheißegal, ob ein Dead Space 4 rauskommt und Isaac das auf magische Weise überlebt hat. Vielleicht doch noch Carver oder so. Für mich ist das das Ende von Dead Space. Es gibt kein weiteres Dead Space für mich. Es sei denn, es geht irgendwie hervor, dass das nächste Dead Space horrorlastig wird. Nur dann werde ich mich nochmal in Dead Space reinwagen. ansonsten muss ich sagen, ist das jetzt wirklich das Ende von Dead Space für mich, wie ich es gerade so befinde. Isaac tot, die Marker-Epidemie abgewandt durch das Erlöschen des Marker-Signals, des Mondes, vielleicht des letzten Mondes. Ja, das ist ja meine Befürchtung. Sie haben wirklich die Story so ausgeweitet, dass es noch 30.000 Monde geben kann, die dem Marker-Signal irgendwie folgen. Also 30.000 Kontagent-Monde, die sich dann alle auf die Erde zu bewegen und dann hast du dort so ein, hey, ich sitze in einem riesengroßen Sternenzerstörer und lösche die ganzen Marker-Monde aus oder sowas. Ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Bitte geh nicht so weit, EA. Geh nicht so weit. Oder bei Square Games. Bitte lasst es nicht zu, dass so etwas passiert. Bitte nicht. Das muss das Ende von Dead Space sein jetzt wirklich. Sie gucken mein Video sowieso nicht, aber ist egal. Jedenfalls, das wäre mein Wunsch. Entweder Horror oder gar nichts mehr. Schon gar nicht wieder diese Mainstream-Sache hier. Es war ganz gut für einen Action-Titel. Es war ganz gut für so eine kinoreife Inszenierung. Kann ich begrüßen. Aber setzt dann bitte nicht mehr den Titel Dead Space davor. Macht daraus bitte schön ein Call of Duty 70. Nein. Aber irgendwas in dieser Richtung. Ihr seht schon, ich habe schon etwas gegen diese ganzen Reihe. Das sind zwar gute Spieler an sich vielleicht, aber ich bin aus dieser ganzen Schiene rausgewachsen. Ich war da früher mal von beeindruckt von, aber ich bin mehr so der Rollenspieler. Ich bin mehr so der Metal Gear Solid Spieler. Ich bin mehr so der King of Hearts Spieler. Ich bin mehr so der Assassin's Creed Spieler. Wobei Assassin's Creed wende ich mich auch langsam von ab. Da wird Assassin's Creed definitiv das letzte sein, in das ich mich rein wage, weil Piraten ist doch ein gutes Thema. Aber jedenfalls diese ganze Mainstream-Schiene kann ich langsam nicht mehr. Ich brauche Story-lastigeres und nicht so eine Story von wegen, du hast einen Helden, der wendet sich von der Welt ab, hat selbst Depressionen und muss gegen irgendeine Epidemie kämpfen dann so und hat dann dieses Mädchen fast am Ende überlebt oder so und sich dann doch in ihn verliebt. Ich weiß nicht, das ist so klischeehaft. Vor allen Dingen, wenn Isaac jetzt noch überleben würde. Ja, das ist sowas von klischee. Würde ich mal sagen, naja, egal. Ähm, French Talents. Bei EA haben die ja immer so übelst lange Credits, das muss man ja sagen. Normalerweise sind die Credits hier immer viel zu kurz für das, was ich zu sagen habe. Und ausgerechnet bei dem Spiel, wo ich mich wirklich an Worten kurz halte, habt ihr wenig, äh, habt ihr vier Credits. Wah. David Krüger, Donald Reno. Ach, so viele Namen. Die italienischen dann auch noch. Italiano. Ist doch super. Naja, an sich ein Spiel, was man sich gerne mal geben kann. An Visualität natürlich wieder geil. Das hat jedes Dead Space so in sich vereint. Diese Lichteffekte, die ich in anderen Spielen auch gerne mal so sehen würde. Oh, ist das geil, was die an visualen Effekten drauf schauen. Auch die Ruine am Ende hat mir richtig gefallen. Und dieser Planet, wo wir dann draufgeschwebt sind mit dem angebissenen Mond, der ja letztendlich der Blutmond, der Markermond war, ist ja, äh, jedenfalls, ähm, es war alles in allen schon visuell. Top. Auch das, was ich an Spezialeffekten umgesetzt habe. haben. War gut. Hat auch gepasst. Nur die Logik teilweise mit den Monstern halt, ne? Oh, und dass das komplett auf Action basiert und keinen Horror mehr zulässt. Die Nebenmissionen, tsch. Man wird in der Story schon so mit Monstern zugeklatscht, dass man Healthpack-Probleme und so weiter bekommt. Wie bei mir in den Parts 30 rum. Habt ihr ja gesehen. Wenn ihr es gesehen habt, versteht sich. Guckst dir an, wenn du es nicht gesehen hast. Ja, genau. Du guckst dir dann an. Jetzt. Ne, aber aufgrund dessen war es mir nicht wirklich von gutem Gewissen her möglich, die Nebenmissionen weiter anzugucken, weil ich ab da wirklich schon bangen muss, überhaupt in der Hauptmissionen weiterzukommen. Und ich weiß nicht, wie man in der Nebenmissionen dass das eine gute Horrorsache ist, die ich lediglich nicht mitbekommen habe. Kann ich wirklich hoffen. Naja. Aber ich hab sie jetzt nicht mitgenommen, weil ich schlechtes Gewissen dabei gehabt hätte, wegen meiner Munition und alles. Und da werden die Nebenmissionen wahrscheinlich noch zwischengespeichert. Ich weiß es nicht genau. Also ich, da werden ja Kontrollpunkte abgespeichert und dann hättest du das Ende am Ende gar nicht mehr richtig packen können. Naja. Hä. Das sind also die Songs. Production Babys. Wieso muss man da... W-Wa-Warum? Ich denke mir auch an die Credits von Mafia 2. Wieso muss man die Babys, die während der Produktion dieses Spiels geboren wurden, in das Spiel einbinden? Ah, das sind wahrscheinlich dann die Väter und Mütter der Babys, die dann halt an dem Spiel mitgearbeitet haben, haben halt darum gebeten und dann haben sie es für alle gemacht, um niemanden zu diskriminieren und ich bin gerade an das Mikro gekommen und so weiter. Ah. Jedenfalls künstlich verlängern da muss man die Credits eigentlich nicht. Naja. Wie dem auch sei, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bitte natürlich um Kommentare und hoffe, dass wir uns beim nächsten Let's Play wiedersehen, was entweder Metal Gear Solid 4, Super Smash Wars Brawl oder auch Kingdom Hearts komplett sein wird. Je nachdem, wie das Voting ausfällt. Bis jetzt steht es Gleichstand für Metal Gear und Kingdom Hearts und Brawl hat nur eine Stimme weniger. Also, wenn ihr das Video seht und eure Stimme noch nicht abgegeben habt, nutzt es zu eurem Vorteil und votet. Das Video ist als, äh, Hauptvideo auf meinem Kanal ausgestattet. Einfach auf meinen Kanal gehen, auf das Video klicken und voten. Wenn ihr jetzt dieses Video gesehen habt, ist nämlich der letzte Tag des Votings der heutige Tag, an dem das hochgeladen wird. Hm? Denn morgen startet schon das nächste Projekt. Ich nehme von allen jetzt vorsichthalber einen Vorrat auf. Ich starte jetzt mit den nächsten beiden und das, was kommt, was gevotet wird, wird dann halt das nächste sein. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen, für alles, für die Kommentare und so weiter. Auch wenn es eher spät, ich war bei diesem Projekt. Ist aber nicht weiter schlimm, ich kann es verstehen. Bis zum nächsten Mal. Dragline is over and out. Tschüss! Tschüss! Musste das sein, EA? Dead Space 4 coming soon! Bis zum nächsten Mal! Nicht bei Dead Space 4! Metal Gear Solid 4! Oder Kingdom Hearts komplett! Ja, auf jeden Fall! Bis dann! Tschüss! Jetzt wirklich! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020